Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, das alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Landpfleger von Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seiner Stadt. Da machte sich auch auf, Josef aus Galilea aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Davids. Jeder heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren auch Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden, die hürteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, das Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr, in der Stadt Davids. Und das Hab zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sparen. Ehre sei Gott in der Höhe, im Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!